Reisen nach Thailand. Wie ist die aktuelle Situation in Thailand heute am 29. Februar 2024? Hallo Leute, das ist der Mario aus Thailand mit den aktuellen News und Infos. Die thailändische Tourismusbehörde hat bekannt gegeben, dass seit dem 1. Januar 2024 bis zum 25. Februar bereits knapp 6 Millionen Menschen nach Thailand gereist sind. Meiner Meinung nach ist das jetzt nicht sehr viel. Mal schauen, ob sie bis zum Ende des Jahres die 40 Millionen Einreisen knacken werden. Ich bezweifle es ein bisschen. Aber an erster Stelle sind da nach wie vor die Chinesen, dann Personen aus Malaysia und Russland, sowie dann auch etwas weiter hinten Personen aus Südkorea. Zumindest aus diesen Ländern kommen die meisten Touristen aktuell nach Thailand. Ihr seht, auf dieser Liste sind die Inder jetzt nicht erwähnt. Die kommen dann noch etwas weiter hinten. Die thailändische Regierung will aber auch mehr Personen aus Indien, weil dort die Wirtschaft sehr schnell wächst und halt auch sehr viele Leute abgeholt werden können, die potenzielle Touristen für Thailand sind. Und da versucht man auch in Zukunft mit einer visafreien Einreise mehr Personen aus Indien nach Thailand zu locken. In Sachen Alkoholkonsum plant die Regierung eine neue Verordnung. In dieser soll auch geregelt sein, dass auf alkoholische Getränke bzw. Weinflaschen, Bierdosen etc. Aufkleber drauf kommen sollen, wie bei den Schachteln, bei den Rauchern mit diesen hässlichen Bildern, wo auch draufsteht, Rauchen ist gefährlich und diverse Krankheiten können dadurch entstehen. Dasselbe soll jetzt auch bei Alkohol der Fall sein. Das zumindest plant die thailändische Regierung. Sie haben da auch schon gezeigt, wie das etwa ausschauen soll. Ziemlich hässliche schwarze Kleber mit weisser Aufschrift. Natürlich tobt jetzt auch die Alkohollobby, weil, ja, so eine Flasche dann plötzlich auch mit so einem Aufkleber verunstalten oder so eine Bierdose, das geht aus ihrer Sicht gar nicht. Dementsprechend werden wir sehen, inwiefern sich da die Lobby durchsetzen kann oder ob in Thailand auch bald auf den alkoholischen Getränken solche Kleber drauf sein werden. Ich persönlich finde es gut, nicht nur in Thailand, sondern weltweit ist Alkohol ja auch ein grosses Problem. Warum soll man beim Rauchen solche Kleber drauf tun und beim Alkohol nicht? Vor allem, wenn man sieht, in Thailand, vor allem die, die hier leben, wie ich, unter anderem ja auch, was hier alles für Probleme durch Alkohol verursacht werden, vor allem auf dem Land draussen, dann würde es wahrscheinlich nicht schaden, auch da ein bisschen mehr Prävention zu machen. Wir befinden uns zurzeit in der sogenannten Hot Season, also die heisseste Jahreszeit in Thailand. Mit Temperaturen bis über 40 Grad. Und in dieser Jahreszeit, die plus minus bis Mai andauert, kommt es auch immer wieder zu Zwischenfälle. Und zwar, wenn man Tiere oder Menschen, vor allem Kinder, in einem Auto zurücklässt, auch wenn man nur schnell einkaufen geht. Da erhitzt sich das Auto relativ schnell. Das geschah jetzt auch in Udo und Tani. Da haben Passanten gesehen, dass in einem geschlossenen Fahrzeug ein Kind drin war. Die haben dann rechtzeitig die Polizei alarmiert und die konnten dann auch das Kind befreien. Ansonsten würde das ziemlich schnell auch zum Tod eines Tieres oder eines Kindes führen, sollte es bei dieser Hitze in einem geschlossenen Fahrzeug eingesperrt sein. Die südöstliche Provinz Saint-Claire meldet die portugiesische Galerie im Meer. Und zwar ziemlich viele. Das ist eine Quallenart, die sehr, sehr giftig ist und auch sehr gefährlich für Menschen. Es werden jetzt die Leute dort aufgefordert, nicht ins Wasser zu gehen. Was man aber auch sagen muss, das ist der Golf von Thailand. Klar, das ist ganz unten im Grenzgebiet zu Malaysia, aber nicht allzu weit entfernt liegt auch Koh Samui und Koh Phangan im Golf von Thailand. Also ich würde auch dort zurzeit etwas vorsichtiger sein, denn die Chance ist gross, dass mit Strömungen natürlich auch in den Gebieten plötzlich die Würfelqualle oder in diesem Fall jetzt die portugiesische Galerie vorkommt. Vor allem, wenn Sie hier über eine grosse Ansammlung von diesen Quallen berichten. Sonst in der Vergangenheit waren es vor allem auch bei der Würfelqualle oder der portugiesischen Galerie eher kleinere Sichtungen, also einzelne Tiere. Aber dieses Mal sollen es ganze Schwärme sein. Das Verkehrsministerium plant eine Veränderung der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur in Bangkok. Und zwar wollen sie das Ekamai Bus Terminal und Moschid 2 Bus Terminal oder Terminal verlegen und zwar zum Apivat Central Terminal. Das ist der Vorschlag, dass dann da alle Verbindungen zentralisiert sind. Ich finde das eine sehr gute Idee. Bis dato ist es ja auch so, dass es so die nördliche Busstation gibt und die südliche Busstation. Je nachdem, wo man hinfahren will, wenn man richtig Norden oder Nordosten fährt, muss man zur nördlichen Busstation. Und ansonsten, wenn man Richtung Süden will, zur südlichen. Bei Touristen oder vielen Gästen führt das auch zur Verwirrung. Die fahren dann zur falschen Busstation. Und dann gibt es dort zwar auch Transfers von der einen zur anderen Busstation, aber man verliert natürlich Zeit. Und das ist auch sehr verwirrend. Von dem her eigentlich eine gute Lösung. Das soll dann auch die Infrastruktur massiv verbessert werden. Man plant dort den Bau eines Hochhauses. Und dann ist das auch alles zentral und relativ einfach. Eine sehr erfreuliche Nachricht wieder aus dem Kankracan Nationalpark in Pechaburi. Und zwar haben dort Fotofallen, aber auch schon wieder Touristen, wilde Tiere gesichtet. Touristen, zum Beispiel einen Panther. Und im Weiteren haben diverse Fotofallen im Dschungel seltene Tiere gefilmt. Wie zum Beispiel der indokinesische Tiger, Glattmantelotter, gemeine Languren, südliche Brillenlanguren, Pythons, Regenbogenfalken und grössere Hornvögel. All das sind Anzeichen, dass die Biodiversität und natürlich auch die Tierwelt im Kankracan Nationalpark, ergo im Dschungel, sich massiv verbessert. Und eben auch immer mehr wilde Tiere sich dort offensichtlich vermehren und einen guten Lebensraum gefunden haben. Auch eine gute Nachricht kommt aus dem Kauyai Nationalpark. Etwas nördlich von Bangkok liegt dieser sehr beliebte Nationalpark mit vielen Wildtieren. Dort hat der Landwirtschaftsminister bekannt gegeben, dass sie jetzt gegen die Bauern vorgehen, die illegal Land vom Nationalpark bepflanzen, bewirtschaften oder dort sogar Hotels oder Ressorts gebaut haben. Und er hat jetzt gesagt, alles was ohne Genehmigung, also im Nationalpark bekommst du sowieso in der Regel keine Genehmigung für ein Ressort oder Hotel, aber alles was dort gebaut wurde, soll abgerissen werden. Dann den Bauern, die illegal dort das Land in Anspruch genommen haben, das Land wieder enteignen. Also was heisst enteignen, es gehört ja gar nicht ihnen, aber halt die dort wieder zu verjagen. Und das Gebiet halt ganz klar als Nationalparkgebiet zu deklarieren und auch zu schauen oder sicherzustellen, dass es nicht mehr so weit kommt, dass dort einfach Bauern illegal Land besetzen, weil offensichtlich die Kontrollen nicht gut genug waren. Dann gab es noch zwei Zwischenfälle, die in Thailand aktuell in den Medien für Schlagzeilen sorgen. Einerseits wurde in Pattaya ein Schweizer mit seinem Fahrrad angefahren und dabei tödlich verletzt. Und der Täter begann Fahrerflucht. Aktuell laufen Ermittlungen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Täter auch relativ schnell gefasst wird, weil in Thailand ist sozusagen fast alles Kamera überwacht und die thailändische Polizei ist da immer ziemlich schnell auch den Täter ausfindig zu machen. Im Weiteren gibt es auch einen Fall oder einen Vorfall auf Phuket. Dort wurde eine deutsche Frau von einem Taxi- oder Tuk-Tuk-Fahrer belästigt und angegangen. Sie hat Anzeige erstattet. Auch in diesem Fall gehe ich davon aus, dass aufgrund von Kameraauswertung relativ schnell auch der entsprechende Täter gefasst werden kann und zur Rechenschaft gezogen wird. Dann möchte ich nochmals daran erinnern, dass noch bis zum 4. März von Thai-Lernen ein Rabattcode besteht für die MyLand Thailand Community von saftigen 15% auf alle Kurse. Also für diejenigen, die da noch ein bisschen Geld sparen wollen beim nächsten Deutsch-Thai-Kurs, die können gerne auf den Rabattcode zurückgreifen. Ihr findet den unten in der Videobeschreibung. Das war es bereits von heute. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn du magst, bleib gesund und grüsse aus Thailand.